Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Eigentlich wollte ich nur den Mittelteil von diesem super einfachen Quilt Top quilten, doch dann ging einfach alles schief. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Einen ganz herzlichen Dank an meine Kanalmitglieder für eure super liebe finanzielle Unterstützung. Dankeschön. Das Motiv, das ich mir ausgesucht hatte, war eigentlich super einfach. Die Mitte des Quiltes ergibt eine Sternform, die ich mit wenigen Linien unterstützen wollte. Dazu wollte ich jede einzelne Zacke mit zusätzlichen Linien unterstreichen. Praktisch sah dann aber alles komplett anders aus. Wir starten zunächst einmal mit dem Motiv. Ich wollte mit dem Lineal quilten, mit einem geraden Lineal, das habe ich mir genau entlang meiner Nahtkante gelegt. Mit meinem Linealfüßchen steppe ich nun einmal an der Nahtkante entlang, so entsteht eine schöne abgesetzte Linie. So sollte das zumindest werden, aber ich kam nicht wirklich weit mit meiner Maschine und hier sehen wir schon, das Ganze hing. Es hakte, mein Faden hatte sich total verkantet und wenn ich das Ganze dann aufschraube, dann hatte ich überall so kleine Restfäden dazwischen. Das Ganze ist mir nicht nur einmal passiert, sondern es wurde schlimmer und schlimmer. Und es klang ganz furchtbar. Und es hatte sich wirklich, es hatte sich ein richtiger Fadensalat gebildet. Das Ergebnis von diesem unglücklichen Kultversuch ging dann so gar nicht. Das sah furchtbar aus. Mein Ergebnis bestand aus Verschlingungen und aus verruckelten Linien. Okay. Irgendwann braucht so eine Nähmaschine eine Inspektion. Und tatsächlich war meine W6 noch nie zu einer Inspektion. Es ist ja so, man quiltet, man denkt, langsam müsstest du sie wegschicken, aber guck mal, es geht ja noch. Und dann verschiebt man das Ganze bis zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten Quilt. Und ich hoffe, man, zumindest ich mache das so. Und irgendwann geht es dann daneben. Das war dann jetzt. Und liebes Team von W6, könnt ihr bitte in den nächsten zehn Minuten vorbeikommen, meine Maschine warten und ich kann wieder quilten. Okay, das schafft selbst das schnellste Team nicht. Das schnellste, beste, supertolle Team nicht. Aber ich hatte Zeit, ich hatte Lust und ich wollte quilten. Ich brauchte einen Plan B. Und mein Plan B ist meine eiserne Lady, meine Pfaff 260. Sie hat nun nicht so viel Platz zwischen Füßchen und Motor, also musste ich ein kleineres Lineal zum Quilten verwenden. Und ich muss meinen Stoff wesentlich öfter bewegen und gerade streichen, als ich das bei meiner Mimose, bei meiner W6 machen muss. Aber sie quiltet wirklich sehr schön und ich habe auch ein passendes Linealfüßchen für diese Maschine. Auch hier lege ich mein Lineal wieder genau im Nahtschatten an, sodass meine Linie füßchenweit neben dem Nahtschatten verläuft. Das ist ein Universal Lineal Quiltfüßchen mit einem kurzen Hals und einer breiten Bohrung, sodass ihr das an ziemlich viele Maschinen ansetzen könnt. Und ihr könnt über die breite Bohrung den Druck, den ihr auf euer Quilttop ausüben möchtet, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, selber bestimmen. Bei meinem Quilttop ziehe ich vier Linien eng nebeneinander. Das heißt, ich lege jedes Mal meine Linealaußenkante genau auf die letzte gequiltete Linie und die nächste Linie ziehe ich dann füßchenbreit neben meiner schon gequilteten Linie. Nach vier Linien setze ich die nächste Linie mit einem Zentimeter Abstand. Ich lasse also die 1 cm Linie über meine letzte gequiltete Linie laufen. Und zum Abschluss quilte ich noch eine Naht mit einem 2 cm Abstand, sodass die 2 cm Linie über meine letzte Quiltnaht läuft. Bei meinen kleineren Zacken starte ich direkt mit einem Abstand von einem Zentimeter und ziehe dann einen zusätzlichen Abstand von 2 cm über die Mitte. Das Ganze arbeite ich einmal rundherum. Ich schneide meinen Faden ab und schaue mir meine Misere noch einmal von der Rückseite an. Da ich mit einem sehr deutlichen Faden gequiltet habe, der sich auf meinem dunklen Rot gut abhebt, sind meine Fehler sehr, sehr deutlich zu sehen. Und da sind wieder die Fehler vom Anfang. Und ich möchte das Ganze nicht komplett auftrennen. Ich möchte einfach nur diese Fehlerstellen beheben, die ich an ganz unterschiedlichen Ecken habe. Zunächst einmal habe ich diese Mittellinie, die ganz schucks und schief geworden ist. Die möchte ich nicht jedes Mal wieder trennen, sondern ich gehe einfach hin, quillte wieder auf der Vorderseite, ziehe eine gerade, gerade gesteppte Linie erneut über diese krumme, schief gequiltete Linie bis zum höchsten Punkt. Hier ändere ich einmal meinen Stich. Ich nehme einen kleinen Zickzack-Stich, 2 mm breit und mit diesem 2 mm breiten Zickzack-Strich quillte ich wieder zurück. Ich möchte später bei einem Quillt noch mehrere Dinge in Zickzack quillten, sodass das ganz wunderbar zu meinem Quilltop passt. In der Mitte bei meinem Quilltop laufen alle Nähte zueinander. Das ist ziemlich eng und wenn man das nicht wunderbar und hundertprozentig gut gepatcht hat, hat man da eine wirklich dicke Stelle. Also nähe ich um diese dicke Stelle einfach einen Zickzack-Kreis, sodass ich das Volumen an dieser Stelle noch einmal betone und das zum Thema mache. Und ich sortiere. Ich sortiere permanent den Stoff, denn ich habe ja nun diesen kleinen Durchlass, mit dem ich hier zurechtkommen möchte. Aber es funktioniert. Wenn ich jede Mittellinie noch einmal gequiltet habe, schaue ich mir mein Ergebnis erneut von der Rückseite an. Ich habe die betonten Linien und ich habe ganz viele Stellen, die einfach nicht vernünftig gequiltet sind. Ich habe mehrere Linien übereinander. Und bei mehreren Linien übereinander hat man meistens den Vorteil, dass Nahtanfang und Nahtende doppelt gesichert ist, sodass ich die doppelte Linie, die ich gar nicht möchte, einfach entfernen kann. An der Stelle mit den Verschlingungen ist es dann ein bisschen aufwendiger. Ich schneide einmal alle Verschlingungen heraus und ich quillte die fehlenden Stücke. Ich ergänze also die schon vorhandenen Linien und schaue, dass ich das Ganze gut am Quilltanfang und am Ende vernähe. Meine Quillt-Vorderseite, die sieht sehr unruhig aus, sodass all die Fehler, die einem auf der Rückseite direkt ins Auge springen, auf der Vorderseite überhaupt nicht zu sehen sind. Und die Vorderseite gefällt mir so schon sehr gut. Und die Rückseite wird folgen. Die letzten Linien, die ich nun noch entfernen möchte, damit das Ganze auch von der Rückseite vernünftig aussieht, die werde ich entfernen, wenn mein Quilltop komplett fertig ist. Dann werde ich mich unter meine Decke kuscheln, werde mir meinen Nahttrenner schnappen, eine leckere Tasse Kaffee dazu und ganz gemütlich, Schritt für Schritt, werde ich all die Linien entfernen, die mich noch stören. Aber erst, wenn das Quilltop fertig ist. Und ich wünsche euch nun eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!